Ich bin's wieder. Ja, ich bin noch ein bisschen nach Justien. Ich hoffe, ihr habt nicht zu lange auf mich gewartet. Diesmal ist das natürlich wieder, ist das bei mir eine andere Perspektive. Die hat aber auch einen speziellen Grund, da diese Ecke auch besser geeignet dafür ist. Und ja, wo ich darauf hinaus will, ihr habt letztes Jahr zum Schluss, nächstes Jahr von mir gehört. Das hatte auch ein paar Gründe. Und zwar, dass ich eben umgezogen bin, da wollte ich ein Video hochladen, was leider durch die GEMA gesperrt wurde. Und ja. Dann gibt's die nächste Änderung. Meine Drehtage sind nur noch, meine Videotage sind hauptsächlich nur noch Samstag und Sonntag. Das hat auch den zweiten Grund, da dieser Kanal jetzt in zwei Teile aufgeteilt wird. Und zwar einmal bleibt das so, wie es bislang ist. Und der andere Teil richtet sich hauptsächlich an Naturschutz und so weiter und so fort. Und ja. Es gibt so viele Gründe, welche man ansprechen könnte. Aber diesmal seid ihr dran, welche Themen ihr wissen, welche euch interessieren und so weiter und so fort. Und ja. Ich will das Video jetzt auch nicht zu lang machen. Aber ich wollte noch nebenbei was sagen. Und zwar habe ich auch, wo ich nicht aktiv war, ziemlich viele positive Kommentare unter den Videos gekriegt. Und ja. Die Leute, welche die Kommentare unter ihr jagt haben, denen sag ich erstmal danke und grüße hiermit. Und ja. Generell ist das bei mir so, dass ich keine Namen nenne. Auch wenn ich Leute grüße. Ich nenne die Namen generell nicht. Das geht hauptsächlich darum, wegen Datenschutz und so weiter und so fort. Dadurch sind die erstens geschützt und zweitens mache ich kein Blödsinn. Sozusagen. Und ja. Nicht wundern, was jetzt im Hintergrund für Musik läuft. Die wird wahrscheinlich vorläufig, wenn das jetzt mit diesem Video klappt, mit dem Holan und so weiter und so fort, wird diese Musik bei mir ab sofort nur noch in den Windows 10 im Hintergrund auftauchen. Da die andere Musik wieder mit GEMA zusammentrifft. Ich wünsche euch trotzdem noch einen schönen Tag, wenn ihr das abends guckt. Eben. Einen schönen Abend und eine gute Nacht. Ja. Ich will jetzt auch nicht weiter drum herum reden. Ich sag, bis die Tage. Und ich hoffe, ich kann euch hier mit dem Video wieder zurückgewinnen, so dass ihr auch wieder auf meinen Kanal aufpasst. Und es werden in Zukunft auch noch andere Videos kommen, welche nicht nur aus dieser Perspektive kommen, sondern auch aus anderer Perspektive, ob das jetzt draußen, unterwegs und ja. Das dauert aber noch eine Zeit, bis das komplett in Gang kommt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Und ja. Bis dann.